Spielzeug Wunderland Hallo Freunde! Wisst ihr was? Sevcan hat heute Geburtstag. Ja. Wir wollen sie überraschen. Und zwar mit einer Torte. Aber zuerst müssen wir uns die Hände waschen. Jetzt bin ich dran. Lass uns anfangen, Mariam. Wir machen eine Torte mit Erdbeeren. Und Bananen. Und womit schneiden wir sie? Mit einem Messer. Mit diesem Plastikmesser kann nichts passieren. Sollen wir CV7. Untertitelung. BR 2018 Hier kommt jetzt Sahne drauf. Hier haben wir Sahne. Schokolade und Vanille. Und wie macht man die Sahne? Ich weiß leider nicht, wie das geht. Hallo Mädels. Was macht ihr denn? Hallo Sevcan. Hallo Sevcan. Hallo. Tortenboden, Bananen, Erdbeeren. Wollt ihr beiden etwa eine Torte machen? Ja. Wir wollen für dich eine Torte machen. Eine Geburtstagstorte. Ja. Aber wir wissen nicht, wie man die Sahne macht. Na das ist aber lieb von euch. Wenn ihr wollt, kann ich euch ja damit helfen. Zahne. Zahne. Ich verrühre das Sahnepulver mit einem Glas Milch. Zahne. Untertitelung. BR 2018 Jetzt kommt die Sahne auf die Torte. Und nun das Obst. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Da kommt jetzt der Tortenbiskuit drauf. Ja! Und noch mehr Sahne. Die Torte sieht schön aus. Fehlt nur noch Deko. Ja! Ich nehme diese Streusel. Und ich diese. Wow! Es regnet. Gelbe Zuckerstreusel. Die Geburtstagstorte sieht schön aus. Da fehlt aber noch was. Katzen. Ja genau. Happy Birthday, Sevcan! Happy Birthday, Sevcan! Happy Birthday, Happy Birthday! Happy Birthday, Sevcan! Vielen Dank, Mädels! Bereitet ihr für eure Freunde auch tolle Überraschungen vor? Tschüss, 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 Tschüss.